...macht sich startbereit für sein Rennen. Und total normal, Lümmersdorf ist wieder vorne unterwegs. Total normal, Lümmersdorf, auf Platz 1, unterwegs auf den zweiten Platz. Die Startnummer 851, Anton Stein mit seinem Hügelpferd, dann hinter dran die Teufel. Und der dritte Wagen ebenfalls noch einmal für die Teufel unterwegs. Unser Nachwuchs in der Backen-Klasse kämpft noch einmal um Punkte und Platzierungen am heutigen Tage. Und indem sie dann mit rein in die Sonntagsrennen, da wird ja nach Punkten entschieden. Da geht es noch nicht ganz so rattan zur Sache, wie wir es eben in der Königsklasse des Stockersports gesehen haben. Aber auch hier wird natürlich gefeiert und gekämpft um jeden Meter. Buggy Nachwuchs-Rennen im Hexenkessel von Grimmel mit total normal, Lümmersdorf, auf Platz 1. Mit Startnummer 851 auf der 2. Das ist hier Running Potatoes mit Anton Stein. Und da hinten dran dann die Teufel mit ihren Fahrzeugen. Aber das wird jetzt die letzte Runde und das wird eine ruhige Geschichte. Der Nachwuchs lässt es anspannend angehen. Platz Nummer 1 für total normal, Lümmersdorf. Sie gewinnen dieses Rennen souverän und holen sich Platz 1. Der zweite Platz wird ebenfalls souverän vergeben. Das geht hier dann am Team die Teufel mit ihrem Gefährt. Sie holen sich den zweiten Platz. Und der dritte Platz für die Startnummer 851 von den Running Potatoes. Ja, das war der Nachwuchs. Jetzt sehen wir die Großen. Da geht es schon ein bisschen schneller und ein bisschen heißer.